Hallo hier ist der Christoph von Schnauers 58 und das soll eine VA werden für den Viparati 1. Du hast ja gefragt nach einem Messer und nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis von dem Messer und da hast du mich echt in Schwierigkeiten gebracht. Ich habe jetzt mal das Ranger Grip 155 von Wenger, das meiner Meinung nach im Preis-Leistungs-Verhältnis vielleicht nicht das Beste ist, aber das Vielseitigste. Und was mich dazu gebracht hat, ist eben, es hat eine feststellbare Klinge mit Seregens, Rasiermesser scharf und was für mich ganz wichtig ist, eine 10,5 cm lange Säge, die auf Zug und Druck schneidet. Super klasse, Rasiermesser scharf, geht durch jedes Holz, ob trocken oder grün, hatte da noch nie Probleme. Das ist das Messer, das ich immer mitnehme, wenn ich in Urlaub bin. Es hat weiterhin einen Dosenöffner und einen Kronkorkenöffner mit Flachschraubendreher und Drahtabisolierer. Auf der Rückseite noch einen Korkenzieher und eine Stechaale. Es liegt super in der Hand durch diese Gummieinlagen im roten Plastik, ist hervorragend verarbeitet und ich bin sehr zufrieden mit dem Ding. Das wäre es an sich schon gewesen. Ein klasse Messer, top verarbeitet, zu einem moderaten Preis. Ja, ich wünsche dir noch viele, viele Abonnenten, viele hundert und mach weiter so, du hast einen klasse Kanal. Ich bin ja ein Messerfreak und ich schaue sehr gerne deine Videos, stellst immer klasse Schneideisen vor. Ja, ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal und dir noch alles Gute. Tschüss. 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 to